Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, wir bringen in diesem Jahr den Haushaltsplanentwurf heute ein und werden ihn nach Lage der Dinge im Februar 2024 dann miteinander beschließen. Ich formuliere so einen Einbezug mit Lage der Dinge auch deshalb so, weil es leider zurzeit so ist, dass der haushaltsrecht, technische und rechtliche Ideenreichtum der Landesregierung sehr groß zu sein scheint und wir deshalb nicht genau wissen, was wir noch auf dem Weg von heute der Einbringung dieses Haushaltes in unsere Beschlussfassung zu erwarten haben. Wir hätten gerne auch wieder eine Rückkehr ermöglicht zu dem Verfahren, wie wir sie in früheren Jahren gekannt haben, dass wir noch im Kalenderjahr 2023 einen Haushalt beschließen können. Aber das ist aus den Gründen, die Sie kennen, uns nicht möglich, weil die Rahmenbedingungen, die das Land vorgeben muss für kommunale Haushalte, ja bis vor kurzem eigentlich noch nicht endgültig klar waren und auch jetzt gibt es weitere Überlegungen in der Landesregierung zur weiteren Änderung von Rahmenbedingungen, die wir aber jetzt für heute noch nicht kennen. Insofern ist es richtig, ihn einzubringen, aber wir werden in der weiteren Diskussion des Haushaltes bestimmt diese Dinge berücksichtigen müssen. Nichtsdestotrotz, die Diskussion von heute an bis zur Beschlussfassung im Februar wird intensiv sein. Wir haben viele Punkte miteinander zu besprechen. Die Rahmenbedingungen werden ja nicht gerade einfacher und die Berücksichtigung alle dieser Dinge gehört natürlich zu dieser Diskussion dazu. Deshalb denke ich, ist es immer ganz, ganz wichtig bei der Beratung sich gegenseitig auch noch mal klar zu machen, worum geht es im Kern. Und ich glaube, es ist richtig zu sagen, im Kern geht es immer um unsere Bürgerinnen und Bürger. Oder wie jemand mal sagte, mir ist es immer wichtig daran zu denken, was die Menschen denken. Und es geht um die Menschen, die Namen und Adresse haben, aber keine Schlagzeilen füllen. Für die machen wir Politik in dieser Stadt. Für die wollen wir auch einen Haushalt aufstellen, damit ihr Leben in dieser Stadt besser funktioniert. Und wenn wir das durchgehen, was für diese Menschen wichtig ist, dann kommen wir auf wichtige Punkte, die wir berücksichtigen sollen. Als erstes Stabilität. Die Menschen in Dortmund erwarten zu Recht Stabilität in wichtigen Strukturen, die ihr Leben jeden Tag prägen. Das beginnt bei der Kindertagesstätte und geht weiter natürlich über die Schulen, über Straßen, Radwege, über die Wärmeversorgung und nicht zuletzt endlich auch bei der Frage der Steuern, die sie zu entrichten haben. Und die allererste wichtige Botschaft an dieser Stelle ist aus meiner Sicht schon mal, dass wir mit diesem Haushalt, den wir Ihnen heute vorlegen, keine Steuererhöhung planen und vorsehen. Weder in der Grundsteuer noch in der Gewerbesteuer wollen wir eine solche Steuererhebung. Das ist nicht ganz unwichtig in diesen Zeiten, weil wenn Sie sich umschauen in anderen Städten um uns herum, so ist dies bei weitem nicht der Fall. Sondern viele Kommunen diskutieren erhebliche Anpassungen, zum Beispiel in der Gewerbesteuer. Und für die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Stadt, für die Stabilität der Planungen der Unternehmen, die sich für diesen Standort entschieden haben, ist es wichtig zu wissen, wir bleiben stabil. Und es wird keine Steuererhöhung geben. Und trotzdem werden wir mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, unseren Weg gehen, die notwendige Infrastruktur für einen guten Alltag, die ich eben schon erwähnt habe, weiter auszubauen. Und der Ausbau von Schulen und Kindergärten steht aus meiner Sicht ganz vorne. Und wir wissen, wie schwierig das wird, weil so eine neue Schule kann schon mal bis zu 40 Millionen Euro kosten. Und das ist viel Geld, was eine Kommune wie wir aufbringen muss. Und bei Kindergärten hat die Entwicklung auch schon deutlich zugeschlagen, sodass Kindergärten Preise erzielen mittlerweile im Bau, die es auch für Betreiber immer schwieriger macht, solche Kindergärten herzustellen. Aber wir sind gehalten, es zu tun, weil für ein gutes Aufwachsen von Kindern in dieser Stadt es einfach nötig ist, weitere Plätze zu bauen. Wir sind ja aus der Vergangenheit schon hinter eigenen Zielen hinterher, bei der Ausbauleistung etwa der Kinderbetreuung unter drei Jahren. Deswegen steht aus meiner Sicht, dass im Zentrum unserer Bemühungen auch im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch in den Jahren darauf alles zu tun, um diese Infrastruktur weiter auszubauen und aufzubauen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Infrastruktur der Mobilität, wie zum Beispiel auch den Zustand der Straßen. Wir werden in dem nächsten Jahr ja intensiv miteinander darüber diskutieren, dass die Straßenbau-Offensive, die wir auf den Weg bringen wollen, gerade übrigens für Straßen, die in den Vororten sind, in den Anreiner-, in den Anliegerstraßen, haben wir den größten Erneuerungsbedarf. Und dass wir das auf den Weg kriegen zusammen, wird eine wichtige Sache sein für die Menschen, die hier wohnen. Wir haben in den letzten Ratssitzungen alle zusammen alle Konzepte für die Welorouten beschlossen. Und sie haben zu Recht angemahnt, dass diese jetzt auch mit einer guten und schnellen Geschwindigkeit entstehen werden. Natürlich kostet auch das Geld. Aber das werden wir auch entsprechend aufbringen müssen, um eine solche Radinfrastruktur jetzt bauen zu können, weil die Menschen deutlich machen, dass sie es erwarten, in einer Stadt wie Dortmund ein solches Radwegenetz nutzen zu können. Und das wollen wir zusammen auch tun. Und schließlich eine in früheren Jahren fast banale Frage, wie wir unsere Wohnungen heizen, wird zu einer politischen Diskussion. Das haben wir in diesem Sommer und im Herbst erlebt. Und es wird wichtig sein, über die kommunale Wärmeplanung, die wir zusammen gerade mit der DEW diskutieren, in einer integrierten Netzplanung für diese Stadt, für Wärme- und Stromversorgung, darüber zu reden, wie wir im Ausbau dieses Wärmenetzes eigentlich investieren. Und wir wissen schon heute, das sind keine kleinen Summen, die dort anstehen werden. Und jetzt ist schon sichtbar und klar, dass wir die Kraft jeder Kommune übersteigen. Und trotzdem werden wir uns nicht einfach hinstellen können und sagen, es ist nicht finanzierbar und deswegen nicht durchführbar, sondern wir werden uns darüber unterhalten müssen, welche Schritte wir gehen können und welche Unterstützung wir vom Bund und Land darüber hinaus brauchen, damit wir weitergehende Schritte tun können. Nur die Menschen in dieser Stadt brauchen schnell Klarheit darüber, wo wird es im Ausbaustufen bis wann in dieser Stadt eigentlich irgendwann mal Nahwärme- und Fernwärmenetze geben, damit sie sich einstellen können, entweder in ihrem Einfamilienhaus oder mit ihren Vermietern in Mehrfamilienhäusern, wie ihre Wärmeversorgung in den nächsten Jahren funktioniert. Das ist notwendig, das zu tun, um hier Klarheit und Sicherheit und Stabilität in den Haushalten zu sichern. Das zweite große Thema, was die Menschen in dieser Stadt bewegt, ist Respekt. Respekt untereinander und Respekt vor dem, was man tut und wie man miteinander umgeht. Und deswegen werde ich auch nicht müde zu betonen, dass die Nachbarschaft, die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben, zentral ist. Und viele Menschen, die in den Quartieren leben, haben sich selbst schon auf den Weg gemacht, Initiativen gegründet, Treffpunkte organisiert und einfache gemeinsame Strukturen aufgebaut. Aber auch das wird im nächsten Jahr ganz wichtig werden und von uns mit unterstützt werden müssen, wie es weitergeht. Denn der Wohnungsmarkt hat sich dadurch, dass die Bauindustrie mit ihren Rahmendaten im Wesentlichen dazu geführt hat, dass Wohnungsbau fast zum Erliegen gekommen ist, eine zentrale Herausforderung für uns alle sein. Wir werden mehr Wohnungen bauen müssen. Schneller. Trotz der Rahmenbedingungen. Dazu haben wir eine Voraussetzung geschaffen mit unserer eigenen Wohnungsbaugesellschaft. Aber auch hier müssen wir gemeinsam noch dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit der Bauleistung überhaupt wieder steigen kann. Das wird etwas sein, was die Menschen erwarten. Und das wird wichtig sein, in den nächsten Jahren und in den Jahren daraus dafür in der Lage zu sein. Und dafür hat der Haushalt wichtige Grundlagen zu legen. Und er tut es aus meiner Sicht mit dem Entwurf, den wir ihnen heute vorlegen. Der dritte Punkt, und das rutscht uns manchmal durch, weil es fast schon normal scheint, ist aber schon, dass die Menschen sagen, wir wollen natürlich auch Freude haben in dieser Stadt. Um miteinander feiern, um miteinander auch Großstadt genießen. Und deswegen sind Themen wie Kultureinrichtungen, wie Theater, wie Ballett, aber auch wie unsere Clubszene, wie unsere Kneipen, wie wir sie entwickeln, wie wir sie dabei unterstützen, wie wir helfen, auch Schwierigkeiten aus der Corona-Zeit wieder herauszuwachsen. Das werden Themen sein, die wir weiter verfolgen. Wir haben in den letzten Jahren mit unserem Nachtbeauftragten gute Erfolge erzielt. Es ist viel Bewegung reingekommen. Es gibt weitere Angebote und die Stadt macht sich. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Es wird weitere Möglichkeiten geben müssen. Das ist natürlich zunächst einmal die Aufgabe derer, die das privatwirtschaftlich organisieren. Aber wir sind alle gut beraten, wenn wir es richtig unterstützen. Die Hilfsprogramme, die Unterstützungsprogramme der Wirtschaftsförderung, die Innovationsprogramme sind gut, müssen weiter ausgebaut werden, sodass wir diese Strukturen tatsächlich weiterentwickeln können und eine neue Dynamik dort entsteht. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben nächstes Jahr die Fußball-Europameisterschaft, auch in dieser Stadt, mit sechs Spielen, die viele Menschen zu uns führen werden. Die wir einladen, hier zusammen mit uns über vier Wochen wahrscheinlich ein Fußballfest zu feiern. Vier Wochen, weil wir wissen aus anderen Europameisterschaftsveranstaltungen oder auch unserer Weltmeisterschaft, die 2006 hier mit vielen Spielen in Dortmund stattgefunden haben, Menschen, die diese Spiele besuchen, kommen nicht nur zu den Spielen. Sie bleiben häufig über mehrere Tage in der Stadt. Und deswegen ist das für Dortmund ein großes Ereignis, wo wir über vier Wochen Europa zu Gast haben werden und zeigen, wie unsere Gastfreundschaft funktioniert. Und das alles wollen wir verbinden mit den Themen, die ich eben genannt habe, deutlich zu machen, in dieser Stadt kann man gemeinsam feiern und die Stadt entwickelt sich als eine attraktive Großstadt, die den Namen auch verdient. Als viertes, und ich glaube, das ist ein, das spüren wir auch, zentraler Punkt, ist die Frage des Zusammenhalts für die Menschen ein wichtiges Thema. Und die Diskussion um die Frage der Zuwanderung und der Flüchtlingssituation ist natürlich eine Situation, die viele, viele beschäftigen. Das ist völlig klar. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle noch einmal auch deutlich auf etwas hinweisen. Deswegen habe ich das in diesen Tagen getan, nachdem ich gelesen habe, was die Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler dazu besprochen hat. Das UNHCR geht davon aus, dass etwa 114 Millionen Menschen auf dieser Welt schutzbedürftig sind. Nicht alle machen sich auf den Weg. Und etwa 60 Prozent derer, die tatsächlich daraus Flucht schließen, bleiben sogar in ihrem eigenen Land und übertreten keine Grenze. Aber es sind immer noch Millionen Menschen, 36 Millionen Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und ihr Land verlassen. Und angesichts dieser Zahlen finde ich es zu kurz gegriffen, wenn nicht gar grotesk, wenn man glaubt, dieses Thema etwa mit einer Bezahlkarte lösen zu können. Das, was wir in aktuellen Diskussionen über die Frage, wie wir Flucht und Migration miteinander bearbeiten und diskutieren, greift aus meiner Sicht deutlich zu kurz. Angesichts dieser Zahlen muss man das so sagen. Und wenn wir bedenken, dass wir in Europa im Grunde seit 1985, seitdem wir beschlossen haben, dass wir einen Binnenmarkt aufbauen wollen, dass wir die Grenzen innerhalb der europäischen Länder öffnen wollen und wir miteinander darüber diskutieren, dass wir europäische Außengrenzen miteinander schützen und koordinieren wollen, dass wir seit dieser Zeit, also fast seit 40 Jahren, in Europa darüber streiten, wie ein gemeinsames europäisches Asylsystem eigentlich aussehen soll. Dass das klar ist dann, dass das so nicht weitergeht. Und deswegen habe ich auch diesen Punkt benannt, dass ich glaube, die Diskussionen, die wir miteinander führen, müssen wir auch auf dieser Ebene Richtung Europa und auch Land und Bund deutlich machen. Wir sind bereit, und das hat Dortmund immer gezeigt, und deswegen werden wir das nachher auch miteinander diskutieren, diejenigen, die schutzbedürftig zu uns kommen, unterzubringen, humans zu sein und entsprechend alles dafür zu tun, dass sie sich hier gut einleben können. Keine Frage. Aber wenn wir ein solches europäisches System haben, das so viele Lücken hat, so viele Regelungsbereiche hat, die so unterschiedlich sind, dass sich in Europa eigentlich die Länder überhaupt nicht einig sind, wie sie mit den Menschen umgehen wollen, die zu uns kommen. Aber allen klar ist, dass es ein europäisches Recht ist und Deutschland gar keinen eigenen Weg gehen kann, sondern sich immer einig werden muss mit diesen anderen europäischen Ländern. Dann ist es jetzt notwendig, das europäische Asylsystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und dazu gehört für mich, dass wir das Verfahren umdrehen. Dass wir nicht sagen, es kommen erstmal alle Menschen nach Europa auf den schwierigsten Wegen, das wissen wir, von Schleuserbanden unterstützt, mit ganz schwierigen menschlichen Schicksalen. Aber hierher kommen und dann hier einen Asylantrag stellen. Mit all den Folgewirkungen, die wir dann haben. Weil die Asylverfahren so lang sind, wie sie sind. Und wir sie hier in den Kommunen integrieren. Die Kinder in die Schule gehen, in den Kindergarten, Eltern Arbeit haben. Und wenn es dann zur Abschiebung kommt, wir wieder Familien rausreißen müssen. Niemand kann das wollen. Das ist nicht human. Und deswegen glaube ich, dass Europa es richtig täte, wenn man sagt, das Asylrecht muss ich in meinem Herkunftsland stellen, bevor ich nach Europa komme. Das ist auch nicht leicht, das ist mir völlig klar. Aber es setzt ein ganz anderes Verfahren voraus. Das kann alles unter Wahrung Genfer Flüchtlingskonvention und des europäischen Asylrechts funktionieren. Nur es hat eben einen ganz anderen Ablauf. Und der UNHCR stellt seit langem fest, dass es solche Einrichtungen von ihrer Seite geben kann. Und dass wir diese Möglichkeiten hätten. Und dann können wir auch miteinander diskutieren, wie wir die Menschen, die dann nach Europa kommen, auch unter den europäischen Ländern solidarisch verteilen. Das tun wir nämlich heute nicht. Und das sind die Voraussetzungen dafür, dass Kommunen sagen können, wir stehen bereit, wenn Europa sich geordnet hat. Aber so wie es jetzt läuft, müssen wir immer am Ende alles das tun, was andere Ebenen einfach nicht miteinander geregelt kriegen. Und wir reden beim Haushalt am Ende häufig über das Geld. Das ist nicht falsch. Weil auch hier gibt es einen großen Missstand, wie die Verteilung läuft, wer die Kosten hat und wo das Geld bleibt. Das wissen wir aus den letzten Jahren. Wir werden sehen, wo das Geld, was jetzt wieder verabredet wurde, am Ende tatsächlich bei den Kommunen ankommt. Und wo nicht. Aber es ist nicht nur eine Geldfrage. Weil wir wissen, Stichwort Schule und Kita, dass wir auf lange Sicht planen müssen. Und wir müssen wissen, mit wie vielen Menschen wir welche Strukturen bauen müssen. Wenn das vollständig unklar ist, dann haben wir solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, dass wir die Infrastruktur nachbauen müssen für eine Gruppe von Menschen, die da ist. Und wir dann gar nicht schnell genug sein können. Und wir über Brückenprojekte und Ähnliches reden müssen, wo wir alle wissen, das ist nicht gut. Und deshalb, glaube ich, ist es richtig, diese Diskussion zu führen. Nicht als Hetze. Von wegen. Gerade um die Hetze abzuschneiden, brauchen wir eine offene und ehrliche, solidarische Diskussion darüber. Das ist, glaube ich, klar. Weil in den Kommunen müssen wir es am Ende schultern und miteinander hinkriegen. Das gehört zur Wahrheit dazu und wird uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Aber in dieser Reihenfolge. Weil es um die Menschen geht, die Namen und Adresse haben. Und nicht um die, die Schlagzeilen füllen wollen. Das muss unser Leitbild sein, unsere Linie für die Haushaltsdiskussion, für die ich uns viel Erfolg wünsche und viele gute Beiträge, damit wir am Ende gemeinsam einen guten Haushalt beschließen können. Vielen Dank. Vielen Dank.